Und unsere Weiterkeims sind natürlich auch heute am Dienstag für Sie im Einsatz und wir haben Bilder aus der Thuracher Höhe, aber auch Gumbolzkirchen ist mit dabei. Ja und die Frage, die sich stellt ist natürlich, bleibt es weiterhin so unglaublich sonnig oder kommen doch ein paar Gewitter mit dazu? Sehr milde Bilder hier aus Gumbolzkirchen, sehr sonnige vor allem, aber wie gesagt, wie sich die Weiterlage entwickelt, darauf blicken wir gleich im Detail. Wir starten vorab mit der Großwetterlage in Europa. Die Pamela hat sich inzwischen von der Nord- und Ostsee verlagert. Dabei sorgt es im östlichen Mitteleuropa und im Baltikum für unbeständiges Schauerwetter mit teils kräftigen Gewitter. Auch über dem Alpenraum ist es gebietsweise immer wieder gewittrig, derweil streckt das neue Hochlorien über dem Ostatlantik seine Fühler nach Westeuropa aus. Was genau bedeutet dies nun für Österreich? Und Sie sehen es schon, ein sehr nasser Tag, der hier vor uns liegt, außer in Wien, 26 Grad haben wir hier. Aber sonst muss man wirklich sagen, heute meist bewölkt und recht verbreitet eben Regenschauer. Anfangs da und dort auch immer wieder mal Gewitter. In den Alpen und im Süden stellenweise auch immer wieder kräftige Regen. Und das bleibt auch so im Westen, 24 Grad, dann noch bis zum Mittag, dann sogar 25, aber der Regen, der bleibt uns wirklich den ganzen Tag lang erhalten. Und im Osten auch ebenfalls ein sehr abwechslungsreiches Bild, 22 Grad, dann so um die Mittagszeit herum, 24 Grad sogar, aber die Regenwolken sind auch hier mit dabei. Die nächsten sieben Tage im Westen, für Sie bleibt es denn so verregnet und wir sehen, nein, es gibt nochmal ein bisschen Sonne am Donnerstag, 26 Grad, aber das Wochenende, das ist dann wieder mit viel Niederschlag begleitet. Im Osten hingegen bleibt es länger sonnig, bis zum Freitag 29 Grad und auch der Samstag, der ist noch mild, also da steht einem Grillwochenende nichts mehr im Wege.